so das erste mal ww3 season 2 update ab vergessen wie sie heißt nachdem die server sechs stunden down sein sollten waren sie über zwölf stunden down ich habe pistole oh scheiße ich dachte ich hätte einen raketenwerfer mit schade habe ich nicht da ist ein fahrzeug achtung fahrzeug ja im app designlich details und so nett der wirft direkt okay schade kein getroffen ich versuche keine ahnung was ich versuche hit 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 waffen sounds finde ich immer noch katastrophal schade dass sie die nicht geändert haben klingt immer noch wie keine ahnung man ich glaube das spiegel ist abgestürzt hier anti tank nehme ich ja auch das ja ich spawn genau hier genau was geht ab steps klingt immer noch sehr flach ich habe auf voreinstellung kopfhörer alles laufen oh shit warte mal lag da nicht ein medipack ja graf ja ok cool ok komm ist cool ja ist cool das ist schon süßes detail kommen also das muss man schon lassen oder also wenn man diesen ganzen hintergrund von ww3 mal so weglässt und sonne dass das spiel mal da war dann irgendwie nicht und dann doch wieder und links rechts oben unten ist es für ein free to play game gar nicht so verkehrt das was mich am meisten stört sind immer noch die sounds ich finde die waffen sounds einfach das klingt absolut nach plastik wie spielzeug wirklich wirklich so was kannst du doch nicht bringen ok also wenn ich mich nicht irre ist das hier also hier wenn ich hier irgendwie what the fuck wo mich irgendwo rauskomme an dieser großen welt berühmten kreuzung vergessen wie sie heißt in tokyo das würde ich mir gerne einfach mal angucken oh shit 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 yo hier ist das doch yes 19 enemy vehicle hit hä bei battlefield 20 42 kriege ich immer 20 was soll denn das nachladen shibuya kreuzung ja dann anscheinend das boah alter 25 man enemy vehicle hit let's go kritischer schaden in 3 2 einer noch einer noch ja ja oh oh zwei drohnen in ihrer natürlichen umlaufbahn das war ne bin eigentlich down ne hellfire wo kam die hellfire denn her alter macht ne hellfire nicht mindestens so ja geil von den 18 minuten habe ich 10 minuten lang neu gestartet ein maus zeiger oh ah boah alter level up man äh tactical und fuba und team deathmatch nein 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 ja nein ja achso hier steht sogar shibuya ja dann wird das diese kreuzung her sein play shibuya team deathmatch wä 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 hä nein 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 ja nein nein play tokio ok so das ist jetzt also der modus fuba in dem es keine fahrzeuge gibt da müsste der eigentlich fahbu heißen FAHRBU also es gibt hier fahrzeuge aber nichts was schießen kann also nur truppentransport Defender? Geil. Okay. Verteidiger rein, John. Let's go. Verteidiger. Alter, hier ist doch safe ein... Spieler. Wow! In diesem Modus kann man wohl auch irgendwie reviven oder so? Hab ich gesehen. Ah ja, ich glaube, der lag nur gedowned auf dem Boden. Hier ist einer. Ich habe Steps, aber ich kann sie nicht. Da oben. Okay, ja, jetzt ist der gedowned. Die kann ich jetzt aber nicht reviven, oder? Nö. Okay. Also wenn du dann weiter drauf schießt, dann sind sie tot. Wow! Was passiert hier? Okay, das war jetzt anscheinend ein Headshot und die sind sofort down. Könnte das sein? Das wäre eine coole Mechanik. Mechanik? Wow! 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 All right! All right! Nooon! What the fuck?! Er fährt einfach in den Buggy! Ich brauche Medizin. Ah ja, okay. Äh, call a medic. Ich brauche einen Sanitäter. Juhu, mein erster Revive. Let's go. Ach wohl schon Revived? Okay. Dann mal ein bisschen HP hier nehmen. Let's go. Und dann, oh shit. Mist! Ah! Reviving. Äh? Help me! Ja, sieht schon gut aus. Ich finde das super geil, dass man merkt irgendwie, dass die Hellfire-Rakete ankommt. Tipp, 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 tipp. Ein Leichtgewicht hier unterwegs, ey. So, ich kann ja hier auch mal so... Guck mal, auf F ist so viel los. Ich mache mal hier einen auf den und dann hier, äh, da so bei F, bitte. Oh. Ach so, ich dachte, ich könnte noch ein paar mehr setzen. Teamkill. Teamkill. Nein, das war ein Enemykill. Okay. Hey, weg hier! Ui. Waaas? Schade. Also, er... Oh.